Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es mal wieder ums unüberwachte Lernen und um Dendrogramme. Eine weitere sehr einfache Methode eigentlich, um Daten zu clustern. Daten zu clustern ist eigentlich das große Ziel beim unüberwachten Lernen und deswegen sind Clustermethoden allesamt sehr sehr interessant für uns. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Sagen wir, wir haben ein paar Datenpunkte, also ich werde euch das jetzt nur mal so zeigen, wie das Ganze grafisch gemacht werden kann. Es ist nicht schwer, das Ganze zu machen, also tatsächlich zu implementieren dann. Ihr habt im Prinzip zwei Schleifen ineinander und die einzige mathematische Berechnung, die ihr braucht, ist wirklich die Abstandsberechnung. Die hatten wir ja schon. Also alles kein Problem. Sagen wir mal, wir haben hier ein paar Datenpunkte so irgendwie verteilt und dann haben wir hier noch was und so und da noch ein paar Datenpunkte. Okay, super. Und jetzt fangen wir an und prüfen für jeden Datenpunkt, welches sein nächster Datenpunkt ist. Das sind wirklich zwei Schleifen ineinander. Das ist wirklich das große Problem von dem ganzen Ding. Wir als Menschen können das natürlich super schnell sehen, aber ja, ist so eine Sache. Okay, wir finden also wahrscheinlich diese beiden hier, die möglichst nah beieinander liegen. Ist jetzt nicht eindeutig, aber das Distanzmaß kann man dann, wie gesagt, immer ändern. Teilweise kann man auch mal schauen, ob man vom unteren Punkt, also von dem Punkt hier, von hier rechnen will oder ob man von hier rechnen will, also vom weitesten, entferntesten Punkt oder vom Mittelpunkt, je nachdem, wie man es gerade braucht. Okay, aber sagen wir einfach mal, wir haben jetzt unsere Cluster und jetzt wollen wir die vereinen. Wir machen also einen großen Cluster draus, der wiederum zwei Kind Cluster hat, nämlich den und den. Die wollen wir ja nicht verlieren. Aber der große Graue ist jetzt unser Eltern Cluster sozusagen. Wir bauen uns also einen Baum, okay? Gut, weiter geht's. Wir gucken weiter, welches sind die nächsten beiden? Nein, naja, wahrscheinlich, ich glaube, die da sind ziemlich gleich voneinander entfernt. Wir nehmen jetzt einfach mal die hier als erstes, haben hier wieder unsere beiden Kinder drin und unseren Cluster. Sieht jetzt aus wie, naja, komische Augen, okay, egal. Dann haben wir das hier und ich mache jetzt die Kinder gar nicht mehr rein. Wir wissen ja, dass da innen drin immer mehr Kinder stecken. So, und danach haben wir wahrscheinlich das hier und dann haben wir sowas Cooles wie das hier. Das ist ja immer noch ein Cluster und das heißt, wir können die jetzt auch zusammenfügen. Das heißt, wir machen jetzt einen extra großen Cluster draus mit drei Dingern drin. Also im Prinzip haben wir dann als Kindknoten den hier und den dicken Cluster, wobei der dicke Cluster, das ist ja ein Baum, hat nochmal zwei Kindknoten, nämlich die beiden hier. So, und dann haben wir hier nochmal so ein Cluster. Ich versuche den jetzt mal hier so dynamisch reinzukriegen, dass ich nicht alles neu zeichnen muss. Okay, und jetzt haben wir als Kindcluster den großen grauen hier, äh, gelben hier, jetzt aktuell. Und der gelbe hat wiederum als Kindcluster diesen roten Endpunkt hier, das ist ein Blatt. Und diesen roten Untercluster und der rote Untercluster wiederum hat diese beiden orangenen Dinger hier als Babys, sozusagen. Okay, und ja, ähm, die andere mache ich jetzt nicht so ausführlich. Wir sehen ja, früher oder später haben wir die hier vereint, dann das hier vereint, das hier vereint. Und dann würden wir wahrscheinlich anfangen, komische Sachen zu machen, wie das hier zu vereinen. Und das wäre natürlich irgendwie nicht so gut. Deswegen brauchen wir ein sogenanntes Abbruchkriterium. Denn ansonsten haben wir am Ende hier einen großen, ah, jetzt habe ich aber Spaß, ähm, einen großen Cluster, der einfach alle Untercluster beinhaltet. Kann man auch machen, dann hat man eine Baumstruktur aufgebaut auf seinen Daten. Aber das ist nicht unbedingt das, was wir mit Clustern machen wollen. Wir hören also auf, wenn unsere Distanz, also die Entfernung von den beiden Dingern hier einen gewissen Schwellwert überschreitet. Zum Beispiel Distanz von 5, keine Ahnung, Äpfel, Birnen, Kilometer, weiß nicht. Ähm, könnt ihr natürlich definieren, wie ihr wollt. Je nachdem, wie spars eure Daten sind, ist da vielleicht was Größeres, hilfreich. Ähm, genau, bei dem Schwellwert brechen wir dann ab und dann sind wir fertig. Dann ist das hier quasi unsere Klassenhierarchie. Das Tolle ist, dass das hier, je nach Schwellwert, uns wirklich sogar die Klassen selbst bestimmt. Das heißt, wir haben jetzt hier vier Klassen bestimmt. Eine Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse und vierte Klasse. Wir haben also nicht mal die Klassenanzahl vorgeben müssen, aber wie gesagt, es ist sehr rechenaufwendig und wir müssen irgendwie diesen Schwellwert raten. Deswegen ist es nicht ganz so geil. Aber wenn ihr genug Daten habt, dann habt ihr danach eigentlich eine sehr, sehr schöne, ähm, Cluster-Hierarchie sozusagen. Und, ähm, habt sogar, ja, habt sogar die Klassenzahl herausgefunden. Okay, Problem ist natürlich Rauschanfälligkeit. Wie wir hier sehen, dieser Datenpunkt gehört zu keiner einzigen Klasse. Und deswegen, ähm, haben wir sozusagen noch eine Klasse mehr erkannt. Aber wir wissen ja jetzt nicht, ob das einfach nur ein besonders exotisch gezeichnetes A war oder was auch immer das hier war, ob das jetzt tatsächlich ein anderer Buchstabe zum Beispiel war. Naja, ähm, das sind die Schwächen von Dendrogrammen. Logischerweise gibt es da immer Schwächen. Aber vor allem die großen Stärken sind, dass es sehr, sehr einfach ist. Ihr könnt es wirklich, wirklich, wie gesagt, sehr gerne mal selber programmieren. Und, ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.